Der Erdkampf Der Erdkampf Der Erdkampf Der Erdkampf Der Erdkampf Joooo! Ey da oben! Ja! Nein nein nein! Wo muss ich hin? Wir müssen doch noch etwasичеendes machen Lasst uns einfach mal ein brainstormen und einen Film machen. Ja stimmt eigentlich nicht. Ey Jungs, wir müssen jetzt mal machen. Wir haben noch fünf Tage, dann müssen wir den Film abgeben. Lass uns einfach mal brainstormen. Chill. Digga, hast du fünf Tage? Was? Hä? Das machen wir easy. Fünf Tage? Fünf Tage, ja, fünf Tage. Lass uns jetzt mal erstmal brainstormen. Okay Jungs, wir brauchen diese brainstorming-Idee nicht mehr. Ihr wisst, ich habe eine super Idee. Die krasseste, wir brauchen keine Plätze mehr, denn ich bin ein Macher. Also Jungs, in meiner Idee geht es um Lost Superhead. Ich hätte auch Batman, Superhead und alle. Wir machen, wie die auf Lost Arzt reagieren und auf Lost Arzt reagieren, zum Beispiel Aquaman. Aquaman würde ertrinken in den Filmen. Das war eine super Idee, Jungs. Digga, das ist so scheiße. Holy shit. Wie wollen wir das machen? Willst du animieren oder was? Ja, natürlich. Ich habe eine Idee. Wie kommst du auf sowas? Superhead. Ich habe eine Schnauze. Er hat gerade eine Filmidee. Lass uns mal morgens anfangen und richtig squatten damit, wir den ersten Platz beim Filmwettbewerb gewinnen. Ja, uuuh. Ey, es ist so, mein Lenko, Jungs. Ich habe hier gearbeitet für die Lost Superhead und ich habe schon den perfekten Superhead. Ihr seht, ihr kennt Spider-Killer, der Christzeit der Menschheitsgeschichte. Er hört sich wieder schwingen, schwingen, schwingen. Jungs, Digga, wir haben in der Arbeit vergangen. Jetzt spielt ihr einfach Mario Party. Konzentriert euch. Hallo, Jungs. Wir müssen einen guten Film machen. Das mit diesem Spider-Man Shit ist scheiße. Das interessiert keinen. Das ist einfach eine Parodie von Trimax. Trimax ist der größte, loste Mensch auf diesem Planeten. Ja, also Trimax ist schon eine sehr gute Idee hier in der Meintag sieht aus wie die Trimax. Also können wir das eigentlich durchziehen. Ja, Mann. Jetzt hast du uns einfach. Digga, wer bist du eigentlich? Jo, lass mich in Ruhe. Wollen wir jetzt einen Trimax-Film machen? Nein. Ja, okay, lass uns morgen den Trimax-Film machen. Das Besseres haben wir, dass du traf ich. Ja, stimmt eigentlich. Ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Okay, Jungs. Ciao. Ciao. Try, Leute. Ich bin dabei für den Dreh. Seid ihrs auch? Wir nehmen die Idee mit Try. Ciao. Junge, wir haben ja noch drei Tage Zeit. Wie ist da das Handy weg? Was guckst du da? Hä? Realer Irrsinn. Das ist voll geil. Ja, was ist das? Das ist so eine, äh, so, so, hier so Fernsehzoll. Also im Fernsehen. Achso. Was ist los? Das ist los. Was ist los? Ey, wir können das nachmachen. Hä, wirklich geht das? Ja. Ist das jetzt in Oldenburg? Ja. Ja, komm. Wir machen Realer Irrsinn, komm. Ja, komm. Scheiße. Realer Irrsinn, Realer Irrsinn. Platz, Digga, ich fick euch. Ich glaube, wir sollten mal die Filmeis abgeben, ich bin ehrlich. Ne, Digga, ey. Lass doch Mario Kart spielen. Boah, was machen wir jetzt? Ich hätte vielleicht eine Idee, so, wir könnten ja Risiko in Anzüge spielen, so, weil... Ist das auch richtig ernst? Ja, was ist doch los? Ja, Michelle, was sagst du dazu? Ich finde es super. Also, Jungs, diese Filmidee, die ist phänomenal. Wir ziehen das durch, gehen die Reisen nach Berlin, damit wir auch ein bisschen frei von der Schule haben. Die sind geil. Die sind richtig geil. Die Anzüge von dir, Kejan, die passen ja wirklich. Ja, aber krass, aber leider gibt es hier keine Hose mehr. Ja. Aber ist zu schade. Nein, Digga, lass uns mal spielen. Ja, wir spielen mal. Ja, ich finde, das Risikospiel ist nicht so lost. Was sollen wir dann machen? Man, oh Gott! Boah, er ist auf Platz, Digga, ich will das. Aber Panzer. Ich will das. Doch ein blauer Panzer. Scheiße, warte, 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 warte. Ja, Digga, ich habe so fett verkracht, Digga, was ist das? Was ist das? Noch ein blauer Panzer. Jo! Warum geht auf mich? Ich bin zweiter Platz! Ja, jetzt haben wir noch Zeit. Doch, ein Tag. Ich habe gar keinen Bock mehr, was zu machen. Ja. Ey, ich habe eine Idee, wie wäre es, wir machen einen Film darüber, die Lost für unseren Film gemacht haben. Ja, wir haben ja eh keine andere Idee. Ja, okay, let's go. Jo! Ey, da oben! Ja! Nein, nein, nein! Nein! Wo muss ich hin? Jo! Was mache ich da? Digga, komm, Jungs, lass mal aufhören. Wir müssen auch noch was Produktives machen. Lass uns einfach mal ein Brainstory für den Film machen. Digga, ich spiele die ganze Zeit nur Mario. Ja, stimmt eigentlich. Deinein! ... Do? Ja. Da wird gleich mal vermengst. Not. Da wird sich die Momentum zu machen. Then werden wir auch hier merchanten PRO-Vanen aufholen mit dem Alternierhaus. Und jetzt werdet sich die Linken aus. Wenn die Sekunden ansiedeln, dann tirar, dannởren Sie ein Stück D Шupe. Vielen Dank.